Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste, es geht heute um das Thema Förderungen. Ja, das Liebegeld, das ist immer ein Thema und wir brauchen es für so viele Bereiche und Laar und die Katastralgemeinden sollen und müssen sich weiterentwickeln. Wir wissen, dass in Zukunft ganz viele Menschen in den Städten leben werden und wir spüren, dass wir einen Bevölkerungszuwachs haben. Wir sind circa bei 1,4 Prozent, wachsen ständig, auch in der Bevölkerungsgruppe der Familien und darüber freue ich mich ganz besonders. Wir werden aber viel Geld brauchen und daher gibt es schon wieder eine Reihe von Förderungen, die wir wieder in Anspruch nehmen, damit vieles weitergeht. Da geht es um Spielplätze, um Bewegungseinrichtungen, auch um Regionjobs gemeinsam mit Betrieben, die das auch einrichten werden und ich denke, in diesem Bereich werden wir viel bewegen. Falls Sie noch gute Ideen haben und sich einbringen wollen, melden Sie sich einfach bei uns, schicken Sie uns die oder kommen Sie zu uns ins Haus oder teilen Sie mir diese auch mit. Ich freue mich darüber, denn nur miteinander können wir uns positiv weiterentwickeln. In diesem Sinne, alles Gute bis zum nächsten Mal.